Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Diese Rohnen müsst ihr immer machen. Danach gehen wir weiter auf diesen Schritt. So, macht ihn ab hier, wenn ihr gerade vorne absetzt, wir geben Oberkreuz und sofort das Gewicht vermeiden. Hier müssen wir mit der Session arbeiten, das heißt, der Oberkopf macht weiter auf und ab hier müssen wir schließen, weil wir wollen die Frau rückwärts füllen. Erst wenn wir die Frau rückwärts gefüllt haben, können wir aber das Gewicht auf und pannen. So, damit haben wir gearbeitet, dass wir überall unsere Achse suchen und uns dann erst weiter bewegen, wenn wir die Richtung vom Herrn bekommen haben. Das ist wichtig, weil der Herr kann so in jedem Schritt improvisieren, überall in den Drehungen reingehen und überall auch wieder rausgehen. Bei dieser Figur hatten wir eine ganze Drehung, wichtig war hier, beim Herrn zu bleiben, nicht wegzugehen, sondern wir werden immer erst am Platz strecken und frontal vor dem Herrn bleiben. Was passiert ist, dass wir immer den Herrn mit dem Oberkörper suchen, das heißt, die Richtung vom Oberkörper aufnehmen und wenn der Herr weiter aufmacht, dann kommt der Schritt. Hier genau so dann rückwärts vom Oberkörper aufnehmen und dann kommt der Schritt. Das prägen wir immer von oben nach unten. Und nicht vergessen, den ersten Schritt, den wir führen können, die Improvisation, halbe Drehung und ab hier die Frau rückwärts und schon füllen, die Drehung. Dann war bei uns wichtig der Punkt, dass wir hier ankommen auf links und erst die Richtung des Herrn. Wenn er aufmacht, bringen wir ihn wieder am Platz, machen wir den Schritt, wenn er weiter aufmacht, suchen wir den Herrn und er stellt uns immer auf das Bein, nicht von alleine das Gewicht verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank.